Wer dich letztes Jahr gedisst hat, war unter anderem Flair, der gesagt hat, ja, in seinem Song. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, mein Erfolg, er ist so sicher wie das Thilo-Stil. Chillig, Digga, Shoutouts an Flizzy, in meinen DMs warst du irgendwie netter. Also früher wollte er auf jeden Fall mal ein Feature und für mich kochen und so, aber krass, krass, dass das dann auf einmal in seinen Texten kommt. Okay, chillig. Wie sieht so ein Dinner mit Flair aus? Kann ich mir nur vorstellen, keine Ahnung, aber... Du hast doch gerade gesagt, dass das passiert ist. Nein, 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 das Dinner ist nicht passiert, dass das passiert ist und mich eingeladen hat zum Essen. Nein, 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 ich habe es noch nicht. Er wollte zu Hause für mich und meinen Manager kochen, bei sich zu Hause, aber es ist noch nicht passiert. Und zwar hast du letztens einen Sido-Tag gemacht, wo du die ganze Zeit Sido-Songs gepumpt hast und mitgerappt hast. Welcher war der erste Sido-Song, den du wahrgenommen hast? Ähm, wahrscheinlich sowas wie ein schlechtes Vorbild oder mein Blog oder Straßenjunge oder so. Klar, und meine ersten deutschen Berührungen waren Echo Fresh. Ich bin jung und brauche das Geld. Ja, und dann Sido und Bushido so ein bisschen, aber ich war eher immer ein Sido-Kid, so bei uns auch alle. Bushido auch ein bisschen, aber eher Sido auf jeden Fall. Inwieweit hat sich Sidos Musik geprägt? Also jetzt in meiner eigenen Mucke nicht, aber vielleicht halt so früher ein bisschen so als Kind. Hat mich vielleicht schon ein bisschen auch verleitet, auch ein bisschen ins Asozial sein, kann schon sein. Wie alt warst du da? Wie alt war ich da? Also wirklich so, wie ich mich nicht denken kann. Also so jung, wie ich mich daran erinnere, war das schon in meinem Leben, auf jeden Fall durch meine Eltern. Bist du dann auch nochmal ein bisschen zurückgegangen und hast geguckt, was Sido vor, zum Beispiel in meinem Blog, wo sein Durchbruch kam, gemacht hat? Nicht wirklich, aber sag mal, vielleicht kenne ich die Tracks ja auch, die davor waren. Also der erste Track, den ich gehört habe von Sido war Arschfix-Song. Ja, den Arschfix-Song kenne ich natürlich auch. Weil ich meine, ich wusste jetzt nicht, dass das von der Chronologie irgendwie vor meinem Blog und so war. Ich weiß gar nicht, ich habe keine Ahnung, aber ich kenne eigentlich richtig viel von Sido. Also auch so, es kommt mir auch vor, als wäre das älterer Stuff noch als schlechtes Vorbild und mein Blog und sowas. Aber komme ich halt jetzt nicht auf die Namen, ne? Wie findest du die Entwicklung von Sido? Krass, also stabil. Hat bestimmt nochmal sehr, sehr gutes Geld gemacht mit seinen Radio-Hits. 100 Prozent und ist jetzt, ja, gefühlt so Papa von Deutschrap und kann chillen. Jeder respektiert ihn. Du hast ja gerade gesagt, du bist mehr Team Sido als Bushido. Hast du mitbekommen, wie Bushido auf deinen Song Sucht reagiert hat? Ja, musste ich auch sehr lautstark lachen mit meinen Jungs drüber. Fand ich wild, also wie jemand das so wenig peilen kann. Also hat ja wirklich komplett irgendwie so, es gibt keinen Song von mir, der mehr quasi gegen Drogen ist und das alles aufklärend ist und die Schattenseiten davon zeigt. Und er sitzt da und denkt, das ist Drogenverherrlichung und so. Checkt das nicht mal wirklich. Fand ich sehr amüsant. Ich hatte auch das Gefühl, dass er irgendwie so ein persönliches Problem mit dir hat, weil er ja auch auf deine Tattoos geht. Er ist komplett durchgedreht. Keine Ahnung, was ich dem Mann getan hab. Weiß nicht. Was denkst du darüber? Nichts. Also wirklich, keine Ahnung. Kann mir doch egal sein. Aber macht es dich auch ein bisschen traurig, dass eigentlich jemand, der so viel Deutschrap mit aufgebaut hat und quasi eine Deutschrap-Legende auch ist, jetzt so über dich redet und das auch nicht peilt? Nö. Nö. Weil? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich war jetzt nie großer Bushido-Fan. Also war mir jetzt auch seine Meinung, also ist seine Meinung mir jetzt nicht wichtig oder so. Was ich meine? Auch wenn er vielleicht auch eine Legend hier ist und so. Aber und gefuckt. Ich war nie großer Bushido-Fan. Also das trifft mich jetzt nicht so. Hätte sich ein Sido dahin gesetzt und gesagt, ich bin, der so über mich abgerantet, das hätte mich wahrscheinlich ein bisschen getroffen, ja. Weil das war wirklich so Kindheit-Shit so. Aber Bushido, alles cool, Bro. Ich kann vor die Tür ohne Polizeischutz so. Alles cool. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020